hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir müssen ja heute am ersten dezember 2022 es ist donnerstag das türchen öffnen und beginn macht ja wie ihr seht wie immer der wir öffnen das türchen wenn es nur so schnell gehen will ich mache kurz pause öffnet dann schnell das türchen es ist ein schlitten zu sehen beim zweiten aus dem penny auch hier kurze pause ein schaugelpferd kommt zum vorschein so hier bei dem der auch sowohl im penny als auch im aldi zu haben war vielleicht nur ist weiß ich nicht dauert mir auch zu lang kurze pause ich habe einfach so das türchen geöffnet es kommt jedenfalls eine pürche zum vorschein so wenn ihr euch noch daran erinnern kann das war der aus dem kaufland ich hoffe hier geht es schneller das sieht mir noch ein weihnachtsbaum aus weil steht ja hier oben merry christmas aufgepasst jetzt bei diesem häuslichen adventskalender wo ich nicht weiß was er kostet jedenfalls da ist das türchen ich mache kurze pause es kommt ein elefant oder so zum vorschein so zum schluss bei dem adventskalender den ich tatsächlich aus dem aldi hatte sieht man schon hier da ist die 1 ich mache kurze pause so wie es schon ist es ist auch hier eine kirche und dann sage ich mir jetzt bitte like das video lasst ein abo da und wir sehen uns am morgigen freitag